ob ich jetzt immer im kreis ich habe keine ahnung hier war ich noch nicht oder doch hier war ich schon also rechts weiter nein 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 du doch nicht geht es auf jeden fall weiter jawohl gruselwald und sterblichkeit fcw hier überhaupt nichts ist aber so geil viel platziert von den entwicklung wie wir mario land 1 schon hier ist was ich vermute mal hier geht es irgendwie weiter äußerst unübersichtlich das ganze ich versuche es mal erst mal hier das sieht ja geil aus na gut hier geht es nicht weiter vielleicht da oben was ist denn jetzt hier im himmel über den wolken wo könnte ich mal an wie verpixelt dann beim schwarzen die ränder sind das denn hat das jetzt was gebracht es hat irgendwas geöffnet ich hoffe doch mal ich habe noch ein herz ich brauche mehr herzen hoher zurück was auch noch nicht ah ok mein name ist pfiffy ich wurde gefangen vom waldgeist findest button in the forest if you press the button correctly you will be able to get me out if you free me you can ah ah ok muss wahrscheinlich beide haben jetzt habe ich beide betätigt jaha einer allein reicht wohl nicht danke ich werde dir helfen jetzt muss ich aber noch wissen was links war und schwupp trudelt hier geht es wahrscheinlich ah ok vielleicht gibt es ja hier ein großes herz jawoll oh gott sei dank große herzen ftw ist ey dumpli 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 nun gut ich vermute mal dass sie mir den komischen stinker unten da beiseite legen kann ich glaube sie hatte geschmolzen oder sowas in der art war das b ich wurde gefangen beiden vorbeinauter Und noch mehr zerstinkern. Voll gut, ey. Ich hoffe mal, es gibt keine Sync-Probleme. Letztes Mal. Da hab ich gemerkt, dass es ein bisschen... Ah, unterschiedlich war. Babs ist Fasa Ahead. Good luck. Ja. Manüchen. Hier ist das geheimnisvolle... Spukhaus. Ach du Scheiße. Nein, nein. Ich wollte da oben lang. Oh, ficken. War das böse. Ah, hier gibt's noch mehr. Bounce, bounce. Wofür auch immer ich die Dinger jetzt brauche eigentlich nur noch für Leben holen? Ach, scheiß doch drauf, ich brauch die nicht. Ich hab genug, ey. Ich hab schon fast zu viel. Und lass mich runter. Hab das gruselige Haus. Ah, ha, ha. Ich habe Angst. Verwenden die sich selbst verändern. Hudl, hudl. Oh. Ah, ha, ha. Ah, ha. Jetzt muss ich mich beeilen. Ah, dat 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 dat. Da dat da. Uh, du, uh, du. Oh, fck, 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 fck. Und rein da. Boum, bounce, bounce. Gib dir dein Herz, bitte. Ich brauch keine Karottenkacke. Was habe ich jetzt? Ich nehme den Karottenmann. Karottenmann vor allem. Oh, ein Herz. Wunderbar. Das ist das Einzige, was ich in dem Spiel brauche. Herzen und Munition. Also Karotten. Diese Edelsteine brauche ich gar nicht mehr. Da ist bestimmt ein Bonuslevel. Ich kann nicht irgendwas eintauschen gegen irgendwas. Race. Ja, komm. Braucht keine Regeln. Ich versuch's nochmal gegen Little Beeper. Ready, set, go. Go, 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 go. Ich hab's geschafft. Ja, ha, ha, ha. Yippee. Puh. Da war. Du musst dich glatt rübsen vor Ausregung. 20 Leben sollten reichen, um weiterhin durchs Spiel zu kommen. Also geht's weiter. Pum, 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 pum. Irgendwann kam hier, glaube ich, ein Endboss. Ah, hier. Der Geheimnis für der Kerzen Gang. Und der eine ist ne Gabel. Schön. Süß. Oh, fuck, 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 fuck. Ein anderer Visitor und ich wurde nicht informiert. Oh. Ich habe hier gebeten, vor hundert Jahren, weil ein Schuss auf mich gelegt wurde. Er ist hier seit hundert Jahren gefangen, weil man ihn verflucht hat, quasi. Ich lasse ein Rabbid gehen, aber ich werde es nicht wieder tun. Haha, er hat schon mal einen Hasen durchgelassen, aber er wird es nicht nochmal tun. Ah, ich verstehe. Das war der Boss. Nein. Oh, fucken. Okay. Aha. Hudel, hudel, hudel. Ach, genau. Und ums. Bums. Jawollo. Aha. Ausgekriegt. Was? Hahaha. Doch, Mann, diese Beindinger. Das bringt eigentlich gar nichts, muss ich sagen. Nur wartet, dass er seinen Kopf wiederholt. Oh, okay. Hudel, 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 schnell. Oh, Gott sei Dank. Jawoll, immer auf den Kopf springen. Baums. Und, 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 und. Kurz warten. Ja, aber er kommt wieder von da. Und ich hoffe, er kommt mit seinem... Das bringt nichts. Da kann ich nichts machen. Hier auch quasi einfach mal in der Luft stehen bleibt, ey. Oh, und los. Ich glaube, alle zwei Male kommt sein Kopf, alle zwei Male seine Beine. Plums. Plums. Und Jump. Kann ich mich eigentlich hier unten verstecken wieder. Es sei denn, jetzt kommt sein Kopf, dann werde ich aber mal ganz schnell wütend. Ne, ist klar. Er läuft vor allem einfach über mich drüber. Voll gut, ey. Ja, ja. Die damalige Spiellogik. War schon bahnbrechend. Er kommt immer rechts. Kann das sein? Ja. Langweiliger Typ, ey. Biete mir Abwechslung. Hup. Guck dir jetzt hier mal. Naja, aber... Brauche ich eigentlich auch nicht hier, aber... Oh, ja. Wieder seine Beine unten. Na mal schauen wann er- Ohhhh gene malen Ok besiegt mit arnold mein auftritt mit montana jetzt hier ist ja hier klose dahin montana montana max theater kommt wird erschließen ohne theater werden all meine klar wird das ganze teil der klar sind das gewissen sein die fehlte im auf Prozent von beiden die theater was was er weiß ich bin oder als aufkommt was macht oder so ein neues sein ist was sie kann helfen wenn ich mich weiter so die brechen schäle balloon schließlich für sie es will be a great help montana's castle ist sehr stark calamity kaios Hey, if you go through the forest, Kale Timit, dieser Inventor will let you lose his inventions. Das Theater wird meint sein. As soon as I will, I will shut the theater down. Jaa. Then I will do his own Fix 3. Uhhh, bla bla, bla bla, I'll tell you more, find that theater is mein, 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 mein. Oh, ja. Das heißt, wir gehen mit großen Schritten aufs Finale zu. Oh, Kalamity Coyote. Na, dann mal runter, was? Hm. Kalamity's bicycle sieht nicht sicher, um einen Dug zu fahren. Hey, Buster, ich bin weg. Ich fühle mich nicht sicher. Riding zu fast might make me fall and get dirty. Oh nein, das ist ein Schwein. Das ist wie es geht, Buster, ich bin auf dich. Okay, das ist wie es ist, lass mich das machen. Wirklich? Will ich okay sein? Okay. Und los geht's. Bummsen. Ich glaub, da gab's irgendwie so scheiß, man. Ich glaub, diese alte, hier, wie Amira, verfolgt ein. Während des Spielens. Oh ja, oh ja, oh ja. Ah, fuck you. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man muss mal ganz vorsichtig sein. Ich glaub, irgendwann erwischte ich einen, wenn man einen Fehler macht. Man darf auf keinen Fall irgendwas falsch machen. Ach du Kacke. Gibt's hier keinen Turbo oder so? Nein, nie, 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 nie. Für alle, die Elvira kennen, äh, die ist diese Knuddelkönigin. Sie steht auf putzige Tiere und zerdrückt sie, bis ich eine Luft wegkriege. Oh, das möchte niemand haben. Niemand möchte geknuddelt werden. Haha, geschafft. Oh nein, das war ein Junge mit einer Perücke. Es war Kaiju. Lalalalalala. Kaiju. Ich hab also keine Freunde mehr. Egal, ich behalte das da einfach mal. Der 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 Vielen Dank.